ja wie schon versprochen und erwähnt bereits im queen of the night video test video geht es heute weiter mit zwei weiteren test videos dabei geht es jetzt an zweiter stelle um den artikel power up ebenfalls eine neuheit 2018 im nidl für 2299 das ist die eigentliche super flair die ich vom effekt her wirklich geil finde wenn die bombette richtig aufgeht also in richtiger richtung sprich nicht nach oben gerichtet oder schräg nach unten sondern direkt zu euch habt ihr einen wirklich schönen kreisrunden gut ausbreiten was heißt sehr gut ausbreitenden effekt mit einer klar auch crackling wieder mit drin aber auch ein paar goldausläufern und schön zerleger leute also habt ihr auf jeden fall ein 30er kaliber und eine nem von 478 gramm zirka und 20 schuss sehr geiler artikel hier absolute kaufempfing von mir den finde ich richtig geil das muss ich ehrlich sagen aber schaut mal selber und bewertet mal die power up alias super flair und dann schauen wir mal ob aus dem artikel auch klassiker werden kann Das war's. Das war's. Das war's.